Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf Mileis Welt. Wir sind jetzt losgegangen und holen Milei ab. Milei schläft heute bei uns und ich bin so überglücklich. Und hier ist noch die Schwester von Ali. Ali ist mein Mann. Hier ist die Beser. Mein kleiner Schatz Berat. Also wir laufen jetzt los, holen Milei ab und dann geht es weiter. Wir sind jetzt angekommen bei Family Fun. Ich bin total glücklich, dass ich Milei mitnehme. Mal gucken, ob die Mama auch so glücklich ist wie ich. Hey! Alles gut? Was ist denn da los? Hallo? Hallo. Hey. Wie geht's dir mein Schatz? Gut. Gut? Ja. Und? Milei ist voll glücklich. Was sagt Mama dazu? Äh, Yippie! Und der Papa? Guck mal, wie glücklich die Mama ist. Du bist so gemein. Also tschüss. Viel Spaß euch. Danke. Also Mädels, auf geht's. So, wir essen jetzt. Was gibt's leckeres? Suppe gibt's. Dann gibt's nur Nuggets im Dino. Spinat. Äh, Kässpätzle. Ja. Noch. Noch. Und dann gibt's noch diesen Jungen. Den könnte ich auch auffressen. Fressen. Und die auch. Guten Appetit uns. So, ihr Lieben. Ich hab jetzt Ferran ins Bett gebracht. Jetzt gucken wir, was die Mädels machen. Was macht ihr? Äh. Sitzen. Hä? Sitzen. Ich hab's so gemütlich gemacht euch, ne? Ja. Habt ihr euch eine Höhle aus den Kissen gebaut? Bisschen zu wenig Kissen. So, ihr Lieben. Ähm, wir haben jetzt noch einen Kaffeequatsch gemacht. Ich hab Kaffee getrunken. Die Mädels haben Milch getrunken, Kakao getrunken, Klee getrunken. Die schlafen jetzt mittlerweile. Das finde ich jetzt nicht. Äh, wir wünschen euch alle eine ganz, ganz tolle gute Nacht. Wir gehen jetzt ins Bett. Und morgen grüßen wir uns wieder. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Ferrat. Bist du auch schon mal? Mein Appa kommt? Ja. Na ja, ich küsset jemand an euch, Lieben. Hallo, Milet. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles gut? Hast du gut geschlafen? Ja. Nee, Saru auch? Ich auch. Bis dann habe ich mich nicht gewechselt. Okay, also wir frühstücken jetzt und dann gucken wir, was der Tag so bringt. Guten euch. Danke. Ferrat, was machst du? Hä? Hä? Musst du Schlafen haben? Berat. Ja, Ani-Cin. Ja, du gibst es. Ich sag auch nicht, was? Anne. Ja? Lass mal das da machen. Das ist da. Was bauen, Berat? Das ist überhaupt nicht schwer. Und wieder nochmal zwei. Ja. Komm auch dann wieder so. Tatsächlich so aus wie ein Ring. Super gemacht, Mädels. Berat. Was ist da los? Komm, Berat. Ich lache jetzt und du machst ein Foto von mir. Tata. Ja. Miley, wir check Miley. Berat. Baba. Ja, Baba. Guck mal. Baba. Hier ist der Papa von Berat. Hi. Baba. Baba. Miley. Baba, Baba, Miley. Baba, Baba, Miley. Hallo. Okay, Miley. Okay. 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 Eins, zwei. Wuuuuh. Nochmal aufstellen. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich bin jetzt mal drei übrig geblieben. Bäh. 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 Egal. Bäh. 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 Was war denn das für eine? Ich war zwei. two? od Jewish. motor? Was war denn das für eine verd więcej? Da geht es weiter. Dreslieble. Ja. Da mask ich dir. Braavier 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 Mühle! Mühle! Empfände, Wannicin! Hallo! Warum darf ich nur noch drehen? Ja, alle! So ihr Lieben, jetzt ist es Zeit zu verabschieden. Das ist so süß! Hat es euch gefallen? Ja! Also los geht's! Lässt du anziehen? Was? Ich komme nicht nur in die Schuhe rein! Perat, sag mal Tschüss zu Miley! Tschüss Miley! Tschüss Miley! Tende ja Perat, Maja! Mua! Wir sind jetzt da! Schauen wir, ob die Mama sich freut, dass sie mich sehen! Hallo! Hallo, mein Suki! Ich bin wieder zu Hause! Kira, grüß dich auch! Die sagt Hallo zu Kira, was nicht zu machen! Ja, hat sich verwischt, ne? Wie war's denn? Gut, toll war's! Echt? Das werde ich noch sehen im Video! Das schneide! Und? Habt ihr euch amüsiert? Ja! Ja? Okay! Also gut, das war's dann mit dem Video! Danke fürs Zusehen! Also, danke Eta, dass du mir mitgenommen hast! Tschüss! Wir sagen Tschüss! Tschüss! Tschüss!